Skelette? Keine Skelette? Ich hab jetzt irgendwer mit Skeletten gerechnet. Oh, eine Kiste. Fischhaut gefunden. Na, Glückwunsch. Hoffe ich mal, dass uns kein Fisch haut. Erfahrung gesammelt. Noch mehr Erfahrung gesammelt. Eine Kiste rausgeholt. Die wir wahrscheinlich brauchen werden. Oh, Rutter. Gab's hier links noch was grünes oder hab ich mich geguckt? Es gab noch was grünes. Wundert mich grad mal ein wenig, dass der Ritter keine wirkliche Wasseranzeige hatte. Ähm... Atemanzeige hatte. Aber... Das ist ja ein super Ritter, der... Ich höre schon wieder Skelette. Alle brav zu mir kommen. Ich würde gerne oben links. Ich würde mich auch wundern, wenn's da nie ginge. Okay. 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 Bedeutung. Okay. Und das ist alles wundern. Okay. Okay. Bedeutung. und runter Da muss ich persönlich erscheinen. Da kann ich nicht runterschieben. Besacke Modus. Erfahrung aufgenommen und auf YouTube beteiligt. Ja, weiter geht's. Cypher-Punkt. Ich erfinde neue Worte, Cypher-Punkt. Spielen mit Gummi. Komm ich von da irgendwie nochmal rum, oder? Ja. Na dann nicht. Okay. Ich weiß nicht, wie ich da in den Kampen bin, aber wahrscheinlich glaub ich nicht. Es ist immer unglaublich, dass es unter Wasser so viel Platz noch gibt. Auch wenn man sonst alles erkundet haben möchte. Oder meint alles erkundet zu haben. Die ganze Welt ist erkundet. Wart ihr auch schon unter Wasser? Fuck. Ja. Plötzlich erneckt man ganz andere Welten. Ein Berg, der größer ist als der höchste Welt der Welt. Den liegt da einfach unter Wasser rum. Oder hier, Erfahrungspunkte, Ornenmasse. Irgendwelche komischen Gänge hier. Keiner wirklich erwartet hätte hinzukommen. Oder Truhen, die man einfach übersieht. Entschuldigung. Halskette der Macht. Hat sie sogar. Erhöht den Schaden durch Waffen, die Mana verwendet um 25%. Der möglichst unbeerkannte... Ach, so. Deswegen kann's doch da was atmen. So, hier geht's nix mehr. Guck mal, da kann ich mich annehmen. Guck mal, da kann ich mich annehmen. Guck mal. Gut, Zaubermeister. Dann... ...trag doch mal diese schwere Kiste, ne? Guck mal. Guck mal. Gut, Zaubermeister. Trag doch mal diese schwere Kiste, ne? Ja, mindestens komm ich hier hoch und ein schöner Regenbogen. Augenblick verweil doch. Da bist du schön. Der Meiner direkt da. Ich nenne sie wieder zum Klettern. Und dann... Irgendwie hat sich's mehr drauf als alle anderen. Von uns. Aua. Okay. Sprechen wir nochmal drüber, was drauf haben. So, ich versuche herramient술. Fragen? 師at. Eigentlich recht. Ich schriftze. Oh ändaw! Ich schwer COVID-19- Jetzt kommt nur noch der Typ, der nicht klettern kann. Und er schafft es zum Safe-Po-N. Nicht über das Skilette, das bringt Spaß. Und das ist sein Steckpferd. Die Diebin kann besser klettern und schleichen und schießen anscheinend. Und die anderen können gar nicht schießen. Und die Musik gefällt mir so langsam. Die Nacht brach sehr schnell herein, eingeleitet durch die Macht des Bösen. Es war nur eine Frage der Zeit, bevor das Unvermeidliche passieren würde. Aber bislang war der Wald stärker als seine Eindringlinge. Vielleicht, weil die Artefakte in der Nähe erschaffen wurden. Es gab noch Hoffnung. Schön, wenn es noch Hoffnung gibt. Erzähl mir was. Woher kommen wir hier eigentlich irgendwo hin? Die Dunkelheit ist nicht gut. Ach so. Hier wird ein Feuer. Ich bin ein Feuer. geht das nicht ganz so wie es gewollt aber ich kann ja hier noch eine kiste jetzt auch mal du warst nicht gefahren sie kann ja dann mache ich mal den scharfschützen und schieße die lichter an und scharfschützen schießt die ja eher aus ich finde ich jetzt sturmhammer für ritter gefunden rolle und das heißt der sturmhammer von donnergott gesegnet ein zweihänder der beinahe alles zutrimmert sei es holz eisen oder knochen alle sturm effekte kosten mal an schwerter ach so setzte deine neue erworbene kraft ein d nicht wir brauchen nicht jetzt 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 ärgere ich mich, weil ich hätte sie gut gebrauchen können. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, der nervt mich jetzt nur noch mit, äh... Waffe wechseln. Schade. Komm, ich geh alle mal runter und dann... Letzter Jackpot. Ach, der war da oben. Ich hätte jetzt irgendwie gehofft, ich könnte da oben was machen. Ach, der Zauberer-Freak kann doch... Stimmt. Hier irgendwas festhalten, ne? Ja. 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 Ne Schaukel. Dafür lasse ich die alle einmal runter springen. Für ne Schaukel. Also das ist die Finne. Ja, der Fallung ist der Fallung. Das ist der Fallung. Okay. Ja, der Fallung ist der Fallung. Gut, oh, den hab ich nicht gehört. Aber sei es doch nicht. Hm? Okay. Das? Okay. Aha. So, hier fehlt ich. 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 So, hier fehlt ich.